ja moin Digger wie auf ansage einer video geht los geht bitte direkt an was geht leute jetzt kommt zur nächsten zeuge von sylph baubles mit herr fleisch lp ja hallo moin was geht bei euch ja wir haben jetzt noch einen alpinen baum auf haben wir dann den baum geklatscht und wir haben noch ein bisschen gefahren ein bisschen gegen mutaten gekämpfe nicht mehr so ist mit baby alter gegen stirbt leute jetzt richtigen weg oh ja 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 verpiss dich du scheiße die nur digger komm ja junge ich fisch dich ich fisch dich aber sind gleich zwei alles klar digger hat sich einfach dupliziert es geht und drei ok und vier ok ja komm her dass man nicht mal irgendwo arbeiten kann ist ja schlimm ja ja ich bin hier aber baby kommt auch noch dazu ok ja ich hab auch keine außer ich kann mal mit hier ne ja 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 komm wahrscheinlich sonst ist es aus ab ins haus digger ins haus das war eine akabe und ohne ritz gehen wir auch zu sagen ja mal endlich muss es ja ich war richtig haben wir ein bündnis jetzt wieder verzogen oder ja scheinbar gut da kann ich ja weiterholzen ich glaube die wollen nicht dass wir die bäume wir wollen die auch eindeutig nicht da kann er keine ausdauer mehr ok da kommen die albino natürlich wieder ist ja klar ja klar genau so mehr geil auch die ganzen türen zu machen du hast hunger hunger finde etwas zu essen ja ja lass mich in die frau mir abholzen die kreis ja na gefällt es dir mit zuzugucken beim abholzen es holt sich dich ab jungen du bist alleine das war deine arschkarte man du hast mir auch noch eingegriffen jetzt bist du tot du missgeburt haha bist tot hahaha arschloch erst mal was feuer packen mit dem ding ja ich muss mir jetzt sowieso erstmal wieder auf die bank jetzt keine ausdauer mehr die liegt noch eine leiche ach ja genau die meine ich naja lass mal die baumstämme die hier in diesen beiden speichern hier drin sind mal als reserve nehmen falls wir mal dringend baumstämme brauchen und gerade keinen bock haben äh zu fällen vielleicht hast du noch ein seil ah nö geh mir was zu essen und ich geh schnell ins äh ins dort hier hängt doch die ganze zeit hängt überall was da passt nicht rein ja auch nimm naja ich kann auch sorgen Moin. Hier ist es kalt und du bist nass, ja. Hm, steht bei mir auch gerade. Hier, der müsste eigentlich schwitzen, weil der hier am Rennen ist und Bäume fällt und Bäume schleppt. Den kann ich gar nicht greifen. Ich glaube, wenn der jemals in seine Heimat wiederkommt, übelst durchdringendes Tier. Hochleistungssportler wahrscheinlich sogar. Ja, aber ein Bodybuilder, Digga. Ja, ist echt so. Oh, Leute, ich hab wieder Knachen hier liegen. Dann bring ich mal die Steine zum Steinzaun. Wollen wir schlafen oder wollen wir durchmachen, Nina? Warte, ja, ich bring die Steine hinweg, dann können wir schlafen, meinetwegen. Mhm. Ich will mal ganz kurz bei meinem Fernseher eben was einstellen. Dann, äh, eben die Helligkeit hochstellen und sowas. Mhm, 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 mhm. Bild, Helligkeit. Digga, die Helligkeit steht bei mir einfach auf 75. Moin. Ja, zu Hell ist auch scheiße. Oh, 60. Uh, Reste, Digga. Endlich, Mann. Jetzt seh ich auch mal was. Oh, hase, hase. Ah, hase, hase. Ah, hase, rennt wieder weg, oh ja klar. Ja. Ach, Digga. Woll ich da nochmal pengeber? Ja. Ja. Jetzt komm. Oh, dann steig. Zuck. Ja, ich hab einen Zuschauer dauerhaft, wer ist das Digga? Wer guckt die ganze Zeit? Wer guckt die ganze Zeit? Wer sieht nicht? Du die selbst? Ja, aber ich hab zwei Zuschauer, also da steht der zwei Zuschauer, das heißt, ich hab konstant die ganze Zeit einen Zuschauer. Du hast, du hast, ich finde sauberes Wasser, blablabla, okay, hab ich, hab ich gefunden. Ich wollte noch mal essen. So können wir eben fressen hier aufhängen, oh, zack. Zack. Geil, Bäume füllen. Ah, Bäume wachsen die ganze Zeit nach, ey. Oh, ich dachte grad schon wieder, ich hab mich die ganze Zeit gestummt gehabt. Wir müssen sowieso mal, den ist auch zum Strand wegen dem Walkman, Digga. Ja, machen wir Musik. Ja, stimmt. Hast du, ja, ja, lass mal stehen, denn da können wir ja direkt hingehen, das ist Tag, wir haben ein bisschen gut ausgeruhten und haben Hunger, äh, keinen Hunger und keinen Durst. Ja, warte, ich nehm aber trotzdem, ich nehm aber trotzdem nach ihm Essen mit. Ja. Findest du wie auch noch was mit? Nö, ich find ja immer unterwegs war. Ja, mach schön. Das ist ja hinter den Containern. Ist es ja, glaub ich. Wenn man da weiterläuft. Wenn ich mich recht in, 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 ich denke ich hab recht, ich hoffe. Und ein paar Köffelchen auch, und dann können wir wieder Köffelchen aufmachen. Zum Beispiel wo ich, oh, Alkohol. Zum Beispiel meine Kaffee, die kannst du aufmachen wieder. Ja, wo bist du denn? Ach, da bist du. Mhm, mhm, mhm. Ja, bei mir sind die Kaffee die ganze Zeit offen. Joi, wahrscheinlich wird dir was pisst. Was? Ja, und da sind auch kein, da ist auch kein Loop mehr drin und so. Das mal, ah, hier, hier ist auch ein Koffer, der ungeöffnet ist. Ja, der ist jetzt auch ungeöffnet, wenn du gerade geöffnet hast. Ich geh mal hier unten nochmal ins, äh, ne? Ja. Ja. Dorf. Wegen Seile. Gucken. Und Stoff brauche ich. Ich auch. Brauche ich doch. Aber ich habe auch eine Musik, die Klippe runterklettern. Ah, ne, Seile sind hier nicht. Also bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob die bei dir jetzt respawn sind, aber bei mir sind keine Seile. Ja, ich geh mal gucken. Ich komm mal gucken. Gehörn. Guck mal, guck mal, ey, lauf. Ist die Soda respawn? Natürlich. Egal. Ja, bei mir nicht. Das Spiel mag dich einfach mehr wie mich. Oh, geile Seile. Ja, fick dich einfach. Ja, dann, wo wollten wir nochmal hin wegen den Walkman? Äh, hier links runter. Auf wen? Gecko. So, weil ich wieder mal auf ihn, oder? Auf ihn. Ja. Was? Also ich bin doch auf ihn. Ja, dann kann ich auch, ja wahrscheinlich. Wie lange? Wie lange so timer? Äh, 28 Minuten. Ja, ja, ja. Wie lange? Weitere schon mal nicht. Ach so, warte. Muss ich kurz gucken. Wenn ganz kurz gucken habe ich auch 16 Minuten noch. Ja, easy. Dann haben wir 21 Folgen vorproduziert, ne? Content für drei Wochen, alter. Moin. Dann gleich erstmal direkt rüber nach Fallout wechseln. Oder nicht? Na, wir machen morgen, wenn wir nach dem Fallout. Ja, was wollen wir dann jetzt gleich nach, nach, nach Forrest? Also nachdem wir jetzt... Ich dachte, wir produzieren auch noch Forrest weiter, bis wir pennen gehen. Und dann müssen wir nämlich wieder Spiel wechseln, die ich dachte, jedes, und dann können wir morgen dann, äh, in aller Frische wieder dabei sind. Dachte ich. Dicke, wir haben schon 21 Folgen aufgenommen. Ja, mein Speicher ist gleich voll. Ja, Quatsch. Halle nicht rum hier. Fick dich. Jetzt bist du mir die Melodie von Baywatch abspielen. Ja, wir haben spannend, alles kann laufen. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, der Container ist leer. Ja, hier waren wir eh schon, das ist nicht besonderes leer. Ja. Keine Seite, das ist ja das Wüstmann ist. Ja, die, die, die Platten lassen Wüstmann. Oh, hier so eine Schildkröte. Komm her, komm. 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 Komm aus dem Wasser. Komm. Komm. Komm aus dem Wasser. Stirb, Alter. Ja. Einschlag, Digga. Easy. Huiiii. Ne, warte, warte, warte. Genau. Oh, Alkohol. Hier ist Alkohol und so. Uh, geil. Was? Was ist, geiler Alkohol oder so? Alkohol. Uuuuuuuhhhh. Das ist so geil. Die hat jetzt hier nochmal Dreck ein paar Mollis gemacht. Wo ist jetzt hier ein König, oder? Oh, blablabla, schuld. Gib's hier eigentlich irgendwie Raubfische oder so? Ja, hae. Lava, Lava. Lava, Lava. Oh, blablabla. Aber bruder, ich war gerade drüber schwimmen. er könnte man aber geil stämme rüber schleppen wird etwas von überschleppen gesagt die versammeln sich vor uns 56 ja ich bin voll mit platinen ja ja ich würde gerne noch vor dunkelheit beim schiff zurück sein ich komme also wenn du dich ließ kann man den nickname ja gar nicht mehr sehen und davon war nämlich auch digga ich weiß ja nicht wo du bist aber ich glaube am strand weiter ja wir sind richtig weil da oben ist so ein heiliger baum von denen da müssen wir später dynamit haben und hinter dem hügel kann ich über die rüber laufen jetzt hier statt da außen rum kommt das boot endlich kann ausdauer haben wir gleich endlich musik digger drei wochen dann erst mal vergleichen kamelis einschmeißen schuldiger dieser war riesiger anker mhm tape top super lohnt sich voll ja moin digger bei mir sind einfach eins zwei drei vier vier schlaft er doch zoll oh hier ein snack glaube hier wir haben verfolge aber scheiß auf die was ach warum ja und dicker lassen wir den heiligen baum angucken den beten die spazieren und diesen koffer 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 das sind halt brüder die spieler gerne die man ja als noch keine kinder doch und von uns und ich bin gestorben ja moin alles klar und wir hängen bei der ein zehn jahre gefühlt ich fühle mich gerade leicht verarscht die zentlager und wenn die schildkröte auch ich denke mir so er kommt auskommst du bist so ein schlag davon müssen wir gleich den kopf mitnehmen heikop hängen uns auf und ihnen aber koffer richtig viele heilige haie lull moin leck muss ich gleich noch was zeigen ganz richtig äh, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, war das die, war das die, dann muss doch nicht hier sein, ja? Kann man keine Heile holten? Na hier, 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 komm mit. Walk around, walk around. Hä, wo ist der? Hier ist ne Kassette zum Beispiel. Und ein Bild. Äh. Das ist gut ja mal begraben, oder was? Ja. Moin. Ja, Digga, ich würde den Hai jetzt zerstöckeln, komm her. Kannst du den Kopf abnehmen, mit der Axt. Oh, da hab ich gerade. Oh, ich bin mal ein bisschen baden, ne? Sind die Haie? Bitte nicht. Was wird's hier abfahren? Ehe ne Schildkröte. Okay, gut. Da ist noch ne Tür, wo wir nicht reinkommen, dann brauchen wir jetzt ne gewissen Pin oder Schlüsselkarte. Och hier, ich bin behindert im Kopf, oder? Oh hier, noch ne Zeitschrift, so, auf dem Sessel. Ah ja, hier gibt's noch Szeile, aber ich geh jetzt mal rein. Snapples! Ja. Und noch was? Missing, fettes Kind, wo ich vermisse. Oh, laut, sorry. Und der, und der Kassettenrekorder. Ich will auch weiterfinden, dass wir die... Oh, moins. Und der Teddybär, ne, hier auch noch ein Foto von, oh, geil, von Muschiklaus. Weil die Fotos können wir auch aufhängen und die Bilder von Timmy, die wir später kriegen. Schön. Und noch was, hier haben wir links, auch noch ein Foto. Digga, der Typ, den das Boot gehört hat, der hat aber, Arias, ist man. Ja, ich hab gut, cool, dann flieg, kommt bald noch nicht rein. Die Scheißding. Ja, du brauchst noch eine Schlüsselkarte für, oder was? Ja. Ja, ja. Und jetzt geh ich hier aufs Boot, und ich soll mich noch sein. Hallo, hier, hier kann man ja auch schlafen und sowas. Ja. Lol. Ich, 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 Digga, lass mal hier wohnen. Papa. Was machen wir jetzt? Mach ich, muss gucken. Ja. Ja. Ja, warte, ich muss einschauen. Voll gut. Ich höre nichts. Du musst die Kassette reinmachen, kombinieren und dann in die Hand nehmen und als wir zu angreifen wollen. Voll geil. Dann was? In die Hand nehmen und dann? Als wir zu angreifen wollen. Da drücke ich die ganze Zeit drauf, aber... Ah, jetzt? Luh. Warte, ich mache lauter. Ich mache die Rockmokern. Was hast du an? Oh Gott. Nice. Gib ihm. Ja. Jetzt können wir einen Baum machen, hören wir bei uns im Lager. Die Musik. Voll geil. Ja, Mann. Wenn du tauchst, hörst du sie drauf. Ja. Voll geil. Schön, wie schon ein High-Cop mit. Warum habe ich den jetzt hier gelegt? Bis bald vielleicht. Ich muss die Audio... Bisschen leiter machen, ja. Nein. 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 Ich habe einen High-Cop, dann fass ich wieder nach Hause. Warte, hier ist ein Koffer. Ich habe schon eure Koffer. Ich kann die schon wieder öffnen. Hehehehe. Voll gut. Nein, Mann, nur Sieg-Service. Ich habe die Musik schon gehört, wo du noch da ganz hinten warst. Was meinst du, die Uhr hier wohnt, wo du siehst, 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 wo du denkst, Digga. Boah, jetzt sind noch voll viel Koffer. Okay, also schon mal. Oh, da ist auch schon ein Chip. Oh, da ist auch schon ein Chip. Ja, ich bin erst für dich. Betty. Oh. Metal, Junge! Metal! Hey! Metal, Junge! Metal! Das tut mir ganz gut, das tut mir leid. Oh, du weißt! Ja, der auch da. Ja, renn weg, auch rein. Metal, Alter! Metal! Ja, ich nimm jetzt wieder meinen Haikopf in die Hand und dann... Ja, lass laufen. Schalt auf die Eile. Ja, die rennt ja aber hinterher, ne? Ja, ja, was soll ich machen? Die Musik ist zu Ende. Ach komm, Alter, fisch dich. Ja, komm, fisch dich. Ja, komm, fisch dich hin. Ja, ja. Ich werde es lockerer nach Hause, nass. Oh. Oh, Pforze, lass mich dich halt roten jetzt anlachen. Oh, du bist nur so cool. Oh, Alter, bist du dumm oder so? Ja, du bist dumm, ich weiß. Nee, Blüte. So, ich lauf so an so einem Teich vorbei. Erstmal so ein Rohr. Digga, wie viele Bäume hier schon mit der Nacht, was du siehst. Ja, ja, wo, wo, wo? Ja, einfach bauen und dann aufhängen. Die Tücher hier. Weißt du, was ich bauen? Ne, Trophäen, äh, Halter. Kannst du nicht, kannst du auch von anderen Seite der Tür pro Reh machen. Ach, Digga. Trophäenhalter. Ja. Mhm. Ich hab auch ne Freundin dabei. Ja, jawohl. Oh, oh, oh. Digga, ich find das nicht mit dem Scheiß drauf hin, Halter. Yeah, jetzt kannst du aufhören. Och Digga, ja, jetzt prob' ich das jetzt eben. was machen hey lol, auf welcher Seite hast du was gefunden? ah, Timer juckt mich nicht hehehe fällt mir um die hier Digga, wo hast du das denn gefunden? oh Digga noch ein Rahmen Schädel-Dekoration ja, nicht mehr ach, Kopftrophäe da, ja, auf jeden auf jeden ja, ich möchte mal meinen Walkman wieder abmachen ne, den gehörst du nämlich an, 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 am Bauch hey, haben wir alle davon Musik ich hab ihn jetzt hier an so'n Wachtturm befestigt für Muggel auf unserer Terrasse ja ja nice haben wir wieder was erreicht im Spiel ja, er spielt bei mir einfach nichts nice ach, scheiß mal auf das Teile Digga ja 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 ja